Hallo liebe Kinder, heute möchte ich mal mit euch mit unserem Körper posizieren. Ja, wie geht denn das? Ja, man kann mit unserem Körper sehr, sehr viele Geräusche erzeugen. Probieren wir doch einmal aus. Macht mal eine mit. Und so weiter. Da können wir auch unsere eigene Körpermusik zusammenstellen. Das heißt eigentlich Body Percussion auf Englisch. Ich mache euch mal etwas vor und ihr könnt es einfach mal probieren mitzumachen. Dafür brauchen wir auch unseren Fuß. Stampf, Klatsch, Stampf, Stampf, Klatsch. Und mach alle Stampf, Klatsch, Stampf, Stampf, Klatsch. Klatsch, 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 Klatsch.